Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft von den APK Gaming Pros, wieder mit dabei ist der Alex Hi Und ich der Pierre, ja wie ihr seht sind wir in unserer Bude in unserem neuen Haus, wir mussten leider die Aufnahme vorunterbrechen, weil meine Aufnahme abgekackt ist Ja und jetzt machen wir aber hier weiter, wo wir aufgallt hatten Ja genau, und wir haben unsere Betten hier rübergeholt und ich habe inzwischen mit den Steinballs und den Feuer Staub oder was das ist, vom letzten Mal Nesser habe ich uns inzwischen Feuerresistenzdreck gemacht, unser Plan ist jetzt in den Nesser zu gehen Genau, so sieht's aus Hier, nimm mal einen, hier einer ist für dich, zwei sind für mich So, aber nimm erst, wenn wir jetzt in den drin sind, ne, schluckt jetzt noch nicht, erst später Acht Minuten sollten das sein, oder? Jo Wollen wir dann direkt los, leg doch deinen Scheiß ab, alles was wertvolles Alter, ohne Scheiß, wie bei einer Rüstung, weg ist er Übertreibt doch, ich mach mir mal eine neue Rüstung, wir haben eh genug Oder, na, obwohl, im Nesser Nimm mir aber keine neue Rüstung mit Ha? Nimm lieber keine neue Rüstung mit Stimmt, ja, ich behalte das bisschen, was ich hab, da behalte ich Das bisschen, was eh bald kaputt ist Komm Okay Lass uns mal schlafen Stimmt Hier ist meinst du Menschen? Kannst du nochmal irgendwann, wenn ich Bock drauf hab, ein Schildchen drüber machen, die wir auch noch machen müssen Das wird verkehrt So Go Ach ne, das letzte Mal hast du das Scheiß-Nesser-Ding rausgemacht, oder? Mhm, stimmt Irgendwann, ja Musst mal grad gucken, ob wir noch hier ein Feuerzeug irgendwo, ne, aber bestimmt nicht Ja, dann müssen wir ja nochmal zu unserer anderen Kiste und, äh, zu unserem anderen Haus und in den Kisten gucken Ob wir da irgendwo ein Feuerzeug haben Oder wenn nicht eins machen Flint haben wir, denk ich mal, auf jeden Fall Auf jeden Fall Okay Unsere ganzen Schafe hier Die Lappen Oh, ich hab auch sau wenig dabei Ich hab grad mal neun Sachen dabei Ich hab mal einen Bogen Ich hab meine, ich hab eine Steinschaufel Ich hab ein Eisenschwert Und eine Eisenspitzhacke Und die zwei Fall-Resistance-Ränke Und ein Wasserhainbe und Essen, endlich Alter, du Schwasti Ist das cool? Alter, hör mal auf, man, du Lappen Ich bin, ja, ich bin total lustig Nun, Alex, ich brenne Jetzt muss ich erstmal wieder warten, bis mein scheiß Leben hoch ist, bevor ich hier mal ein Gast rum direkt Was ist das Portal als woanders? Nee Nee, du bist auf der Rückseite, aber ich hab nicht gespawnt wie ich Ich seh' dich da, nehm' dir wieder, okay Aua, ich seh' dich mal wieder nicht, hammergeil Ist irgendwie so ne Regel, der als erstes durch den Nether geht, jetzt sieht den anderen nicht irgendwie Ja, ich seh' dich immer noch nicht, das wird sich ein paar Minuten wieder geben, aber auch nicht zu stark, wenn ich hier lang lauf jetzt Wo, wollen wir hin, ich glaub' hier links runter war das, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo du bist, aber wir bauen uns wieder hier in dem ersten Sockel hoch, oder? Da sind dann direkt wieder die Dinger Oder wie willst du's machen, oder wollen wir lieber in den zweiten Sockel weiterlaufen und im zweiten Sockel hochgehen? Ja, am zweiten Obwohl, hier ist noch unser Gang, muss noch hier sein, oder? Wow, Alter, ich hab' mein Spiel hier grad voll Ich hab' meine Selektes immer voll Ich hab' ganz kurz Da hätt' ich jetzt mal wieder Da hätt' ich mal wieder Da hätt' ich mal wieder Aber das sind direkt die Lohn wieder oben drüber? Na gut, dann gehen wir mal dahin Ah, ich hab' aber nicht zum Hopon Mit Oder wir gehen so, ja, ich auch nicht grad, das fällt mir so auch grad' auf Höch, ich lass' alles weg Ah, bin ich, ne? Ähm Das Portal, wir sollten mal die Koordinaten aufschreiben, nicht sagen, finden wir nicht mehr zurück Ich hab' davon die Koordinaten Hab' ich das mal Sag' ich, stell' ich mal grad' hin und sag' mal, ob, äh x-23, y-56, z-33, ungefescht, ja, ungefescht Ja, ungefescht Okay, dann hab' ich so aufgeschrieben Da Ich will die eben kurz den Legger haben, dann Ja, ich weiß, denn der hat mal voll oft den Legs So, okay Ich hab' jetzt wieviel mitgenommen? 49 Aua Ich hab' auf mich zu schlagen Du hast doch nicht wackele am, am abbauen, man Ich hab' hier die ganze Zeit Also ohne Scheiß, du bringst mich die ganze Zeit so von den Herzen runter, weil du mich schlägst Oh, deine Herzen Und anbrennt Anbrennt Ach, voll nett, ey Pussy Ich bin Alex, ich brände Oh Na, da hinten sind die Zuboten Pfosten Lass' mal da hinten weitergehen dann Wow Rasse Appa Lass' mal hier so durchbauen Du bist vor Ja, egal Aber ich schneck mir jetzt erstmal den ersten Fall Resistenzlang Pfff Ja, ich auch Du hast aber nur einen, ich hab' zwei Ja, aber du hast einen Big Service Ja, ich brauch' dir also Kriegschrein mehr Nö Kann ich einfach mal drunter schlagen Ah, ich glaub' ich glaub' du mein Handy höher aus Hul' ich aus, soll ich nicht schlagen? Nein, lass' mal lieber Ich glaub' wir versuchen's irgendwie anders lieber Ich glaub' das ist effizienter als wir uns da unterzustellen Ach, der ist ja auch schon vorbei Ah, der ist ja auch schon bald vorbei Ah, der ist ja auch schon bald vorbei Oh, 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 oh oh Magma-Cream Magma-Creams sind hier unten grad' gewesen Jetzt haben wir zumindest Magma-Cream für den nächsten Fail Resistenz, denke So, okay Das sollte ich den Block weggebaut haben, das wollte ich nicht ich bin schon absichtlich runtergesprungen ich habe den Block unten abgebaut aus Versehen ich wollte hier gerade mal ein paar Blöcke hinwollen, dass wir hochspielen können zack, und jetzt wollen wir hier hochgehen oder wo? da ist ein Gas wo ist der? ach guck mal, hier haben wir uns auch das letzte Mal hochgebaut wo? guck stimmt ich baue mich hier so hoch wo bist du denn? ich baue mich hier gerade hoch ich bin hier zwischendrin, man komm, baue dich auch da hoch du brauchst guten Stack, brauchst du wahrscheinlich nicht von irgendeinem Material ja ja, ja, kann ich halt ja, ich auch nicht ich baue mich halt erstmal ein bisschen zu, dass ich nicht durchfalle wow, wow wir haben wir haben Fire Resistance, red dich nicht auf, wir haben Fire Resistance ich baue mich mal hinter dir zu ich bin trotzdem voll erschreckt, dann habe ich denn das Ding neben mir ja, komm, baue dich mal noch eins hoch jetzt, wieder baut er mal zu ein bisschen so 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 warten wir erstmal ein bisschen aufgehört haben zu fackeln ok ok ich baue mal gerade über dir ab ja, wir sind draußen, da wo wir jetzt jetzt mal auch waren komm ich esse gerade erst nochmal was ja, wir sind hier in der Wand drin wir setzen hier ist der Spawner direkt, oder was? nee ja, hier haben wir letztesmal, glaube ich, zugehört, oder? egal schwer draus, ne? so boah ich habe von den Lecks gehabt, Mann ja, ich auch dann musst du scheiß aufpassen mit Decks wir könnten auf diese scheiß schwarzen Dinger kommen, du weißt ja, ich meine weißt den Namen nicht ich sehe kaum was, äh ja, bei mir liegt es auch gerade extrem bist du hinter mir? na gut, perfekt ja warte weißt du jetzt nicht, in was für eine Richtung hier das scheiß Ding war? komm mal gerade mit, Pia ja hier sind Ruhe ja, du warte damit Diamanten und einen Sattel zwei Stück das ist gut das ist gut ich glaube hier haben wir uns sogar geh mal in die andere Richtung wieder hörst du mir mal hinterher ja, ich bin hinter dir ok geh mal, Alter mal hier lang gucken sind wir hier? bist du lang? ich bin hinter dir hier runter, hier gehst du runter ja ich hab immer diese lexiken, sag ich, ah ja ja, ich hab auch richtig übertrieben, du wahrscheinlich auch mal ein bisschen eigentlich, nur so ganz kurz so, wie dann hab ich noch 3 Minuten nach und 40, weil wir sind es noch eine Truhe ja, jetzt finden wir Truhen, aber wir finden gerade keine Dings, ey ja gehen wir mal weiter geradeaus, oder? oh, Alter ja ich auch richtig übertrieben warte mal, was kann man hier ja, wir haben hier zugebaut das sieht so richtig nach uns aus, man aber ne, so dick eigentlich doch nicht, oder? ne, das geht richtig tief rein wenn du da nicht langsam irgendwie, äh, irgendwas siehst, dann machen wir gehen wir in irgendeine andere Richtung ufff was kommt da? hm, würdest du nicht gucken ja, ich kann ja mal gucken oh, netter Lavasee aha ja, komm wohin gehen wir? ich bin zurückgelaufen äh, wohin? hast du einfach nur zurückgelassen? ne, der sieht ab hochgelaufen so alter, warte mal, okay ich warte mal, ich geh hier hoch und guck mal, ob da irgendwie alter, nicht weit das ist so alter, ach, da bist du okay wir sagen, wir gehen jetzt hier lang da? ok so, alter, oder wir wollen uns gleich einfach mal irgendwo hoch weil die Spawner sind ja oben drauf, ja ja, bau dich mal so ein bisschen hoch da, ja ich sehe gar nix, es gibt einfach die Eier ja, tust dich zum nächsten, bevor du nicht ach, ne okay, wir sind hier weiter oben ich checke hier grad ein bisschen die Lage aus hier ist ein langer Gang alter, lex hoch 20 sorry Leute, aber es lässt sich grad eigentlich, das können wir nicht vermeiden das ist denn nether irgendwie so ich glaub, hier waren wir schon mal, oder? alter wo ist das scheiße, wir hätten doch im ersten Pfosten hochgegeben aber im ersten Pfosten sind die Fischer direkt über uns da können wir fast nichts machen, das ist das Problem und dann gehen wir wieder runter 1,15 haben wir noch, Fire Resistance gehst du wieder runter, oder? von unten lass doch hier oben bleiben ja, ums auch nix ja, wir können aber die andere Lüschung erstmal weiter laufen, oder? das war auch nix hast du geguckt? ja, hier waren wir ein netherwarzen, hier waren wir auf jeden Fall, ne? weil da waren wir ein netherwarzen ich guck mal, hier geht's mal weiter wo? da, wo die netherwarzen waren ah, da geht's auch hoch dann geht's mal vor das ist ein Lohn, ich höre Lohn du hast ja keine Sounds, aber ich höre Lohn, bist du hier hoch? ja die sind auf jeden Fall Lohn, ich hab keine welche gehört also nicht hier, aber wahrscheinlich dann werde ich gerade ausgehen ne, da hinten, ich seh sie ne, doch ist das jetzt flinkt, oder wie ist das? hm, wo bist du hin? ich komm mal nach unten siehst du unten, weiter oder oben, weiter? ah, ich bin einfach, ah, ich komm mal zurück ja, wo bist du? ja, bist du jetzt unten oder oben in dem Gang, wo wir waren? bist du denn? hier, also hier, wo wir die netherwarzen mal waren ja, hier bin ich auch ich hab hier noch ich hab hier noch ne Truhe gefunden, wo Sachen dran sind hup! netherwarzen und saft, wie die netherwarzen sind alter, oh, nein, 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 nicht schlagen, nicht schlagen wow, Alter, ich hab mich grad so schlägt, ich hätte fast diesen einen Typ, diesen die friedlich uns gesinnt sind geschlagen, ey wow, alter ja, ich weiß nicht, wo du bist ja, ich weiß auch nicht, wo du bist ah, hier, seh ich, doch, seh ich, da bist du, hallo hier unten, ich bin hier lang gelaufen mhm und bin dann ich hör hier, Lohn auf jeden Fall hier ist nix gewesen, und ich bin dann hier einfach, äh hier lang gegangen alles in Ruhe ja, hier hab ich grad gesnackt nein nicht? hier lang, ich bin da, da, ah, Lohn, Lohn, Lohn ich fress mal grad grad meinen zweiten, äh, mein Fire Resistance ist ausgelaufen ich fress grad grad meinen zweiten ich hab, 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 hab keinen mal, ja, geh vor du siehst die zwei Lohn, ne? ja ich snack die jetzt einfach, mir ist das egal ja, gebt mir doch eure scheiße mir ist das scheißegal, hört mir doch zu mir ist das scheißegal, ich darf nur nicht den scheiß Schweinemensch angreifen, weil der ist uns friedlich gesinnt und wenn ich den schlage, dann die haben nix gedroppt, die Lappen gehen wir mal nach rechts aber hier irgendwo in der Nähe muss so ein scheiß Bein davon aus sein haben wir den Spawning dazu gewollt? ne, ne ich glaub hier erst mal der und ich guck mal grad, ne ich hab nix im Moment aufgenommen ja das ne Truhe, ist das was wer? ja ja, ne Verwarzen und goldene Pferderrüstung, eisernen Pferderrüstung, Diamanten Diamanten, ne Pferderrüstung, Neuroßen Jetzt gehen wir mal hier nach links und dann nach, ja, da wo du jetzt bist. Ah, nur noch ne Truhe. Die laufen hier im ganzen Kreis. Nein. So ungefähr. Da ist Magma Cream, aber die bringen uns ja nix außer Stress.